Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Heute geht es mal um dieses schöne Teil hier. Das habe ich mir bei Amazon bestellt und zwar ist das, viele wissen es vielleicht schon von euch. Das ist eine Erdtopfpresse, da machst du etwas feuchterer Erde, drückst das Ding hinein und dann kommt sowas hier raus. So eine Erdwürfel, genau. Und für die Vertiefung hier, da sieht man vielleicht, gibt es hier unten drin, ich weiß nicht wie gut man das sieht, vielleicht drücke ich das mal ein bisschen hoch, hier diese schwarzen Bibusse. Die gibt es, weil du ja das Saatgut in verschiedenen Tiefen, je nach Sorte und Frucht einbringen musst in die Erde, gibt es die in verschiedenen Größen und Formen, genau. Ich habe jetzt hier die kleinsten drin, reicht auch vollkommen. Genau, und ist halt ein bisschen Drecksch, weil ich das, wie ihr da gesehen habt, ja schon mal ausprobiert habe. Genau, das wollte ich euch nur zeichnen, genau. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge, könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zu sagen.